Das war ein kleiner Spanner, ey. Das war ein kleiner Spanner, ey. Das war ein kleiner Spanner, ey. Gestern Nacht am Fenster und filmten. Ich kriege die Eier. Ich kriege die Eier. Guck mal, ey. Ey, wir müssen aus dem Tunnel raus. Das ist so witzig, ne? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alter, meine Sachen sind da und. Alter, wir haben die Tücke. Ey, war ein bisschen eine Tunnel. Ich seh nicht. Die eine. Oder keine. Hallo, mach keinen Scheiß. Trink das. Nein. Dann trinke ich die Pisse. Die Arsche. Arsch auf dem Kopf, oder was? Aus dem Kopf, oder was? Ja, wie er jetzt kommt? Jetzt ist der Arsch. Hahahaha. 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 Lass mal los, lass mal los mal los, lass mal los mal los! Oh mein Gott, Mario! Vor allem wie kannst du mich noch so nah gewesen ... Hallo, du bist so eklig, ich ersetze dich, der Brain ersetze dich weil mir auf den Fuß und der Kick ist ein Kick! Achtung, habe ich denn auch so will dein Kind machen, du kannst dich mit dir anlegen! Ja meine schwulen Kekse, kann ich den Arsch schmieren. Achten! Hallo! Geht ihr jetzt weiter, oder soll ich auch füllen? Ich mach die Kekse. Hallo, wo hast du mir die Kekse? Ja, und? Immer ein paar Kekse, das ist geil. Ey, aber erstmal machst du da Saubermatte. Sonst kriegst du von mir auch noch. Oh, oh. Ey, das ist echt Fisch-Internet, oder was? Das ist so geil. Ey, das Video ist immer da drauf. Ich kann jetzt völlig schnell auf den Rücken. Ich bin da mit der Post und Ding. Ey, das musst du gleich wieder schicken. Hallo, weißt du, wie lange das ist? Drei Minuten. Ja, drei Minuten. Ja, drei Minuten. Ja, drei Minuten. Seitdem. Absolut. Oh, guck mal! 30 Jahre alt und...